Hallo Leute und Willkommen zurück zu Emily's Moms vs. Dads. Wir machen weiter mit der nächsten Herausforderung. Geheimnisvoller Service. Bringe deine grauen Zellen auf Trab und schließe den Tag ab, ohne zu sehen, was sich auf deinem Tablett befindet. Oh, 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 ich glaube, das ist auch neu, oder? Sagt mir jetzt gerade gar nichts? Aber gut, arbeite mit einem geheimnisvollen Tablett. Das finde ich ja irgendwie interessant. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier laufen wird. Ich würde sagen, wir hauen erstmal eine Waffel rein. Vor allem, bei dem hier kann das ein bisschen schwierig werden, oder? Was wollt ihr nochmal? Das lila, ne? Okay, bitteschön. Oh, Waffel ist schon verbrannt. Das tut mir leid. Und ich werde Emily und Vito Junior direkt mal da oben schicken. So, also wir haben das gelbe Getränk, wir haben zweimal Kakao und einmal den Schmetterling aus Weintrauben. Wie auch immer, du gehst hier nochmal hin. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt nochmal eine Waffel. So, die kommt wieder raus. Hier wird abgeräumt. Also, wir haben einmal, Moment, einmal grün. Wir haben einmal komplett, hier wird aufgeräumt, habe ich gesagt. Dann haben wir einmal das und dann haben wir, ähm, das und das, ne? Ich hoffe, es ist alles richtig. So, das ist für dich, das ist für dich. Dahin abkassieren. Hier auf jeden Fall nochmal reiben. Und halten. Und dann direkt nochmal eine Waffel reinhauen, würde ich sagen. So, nach oben ziehen, nach unten ziehen. Und zweimal das komplette Getränk. Ist aber jetzt gar nicht so schwierig, ne? Weil ich ja auch selten nochmal nachschaue, was ich alles auf dem Tablett habe. Ich spiele ja meist einfach irgendwie so um. Und dann haut das schon hin. Von daher finde ich das jetzt nicht so schwierig. Da gab es schon weitaus schlimmere Prüfungen, muss ich ja sagen. Also, davon haben wir sechs Waffeln, haben wir jetzt wieder vier. Machen wir direkt nochmal Nummer fünf. Sarazahn, mein Lieber, was kann ich für dich tun? Du bekommst eine Waffel und dann einmal das komplette Getränk. Wie ist das mit dem Mann? Kann er wohl noch, beziehungsweise mit dem Sarazahn, meine ich, kann er noch auf den Mann warten, das wollte ich sagen. So, 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 ist das komplett? Ja, das ist komplett, super. Ihr bekommt den Teig, die Waffel ist leider verbrannt. So, reiben, halten. Dann jetzt gleich eben schnell die Waffel rausnehmen, genau. Nach oben ziehen, nach unten ziehen und noch eine rein. Also, einmal den Lolli und einmal die Kochmütze. Und die Waffel ist auch schon wieder fertig. So, ich glaube, ich kann es hier mal eben. Ja doch, das läuft doch ganz okay, würde ich sagen, ne? Hälfte des Tages ist jetzt so rum. Dann haben wir einmal ein orangenes Getränk und ein komplettes Getränk. Und Emily kommt mit Vito, Junior, Junior, whatever, auch mal wieder zum Zug. Da von 6, da von 6, das sieht doch gerade gut aus. So, ihr Lieben, ihr bekommt einmal diese Waffel. Mai kommt auf. Dann haben wir zwei orangene Getränke. Und dann haben wir, äh, das war falsch, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon habe. Jetzt ein kurzer Moment, den ich überlegen muss. Aber es sieht gut aus. So, das komplette Getränk und einmal das, das, das und Sahne oben drauf. Also, dann bekommt ihr einmal das. Das hier kann ich schon mal anstellen. Dann haben wir einmal lila Getränk und einmal komplett Getränk. So, das hier ist auch fertig. Nehmen wir mit, bitteschön. Du bekommst das Ganze dann auch nochmal. Und dazu noch eine Waffel. Oh, ich hab, oh, 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 oh. Da hab ich was vergessen. Da hab ich was vergessen. Moment, das bring ich erstmal hier hin. Äh, das kommt mit und das kommt auch nochmal mit. Dann fehlt jetzt noch diese Waffel hier und einmal das komplette Getränk. Ich mach das jetzt mal eben alles hier so in einem Abwasch. Ja, ich hab alles auch, Gott sei Dank. Irgendwas hab ich noch auf dem Tablett. Das kann auf jeden Fall rund haben. So, das da oben würde ich schon mal ganz gerne wieder auffüllen. Da macht er, glaub ich, direkt die sechs, ne? Dann nehmen wir eine Waffel mit und einmal ein lila Getränk. Kurz überlegen. Also, bitteschön. Du räumst auf, mein lieber Mike. Dann machen wir das hier nochmal fertig. Hauen die nächste Waffel rein. Und das hier ist auch für dich. Jetzt so, Waffel kommt mit. Dahin, nein, Quatsch. Nein, das wollte ich gar nicht. Dahin und dahin und dahin und dahin. Genau, so wollte ich das. Oh, euch hab ich nicht gesehen. Sorry, das tut mir sehr, sehr leid. So, die Waffel holen wir raus. Das hab ich echt nicht gesehen. Ich will das hier mal eben kurz fertig machen. So, sehr schön. Dann nehme ich das mit und das mit. Nach oben ziehen. Das ist für euch. Nach unten ziehen und definitiv noch Waffeln machen. Ich hoffe, ich bekomme das noch hin. Jetzt irgendwie sechs Stück ganz schnell, ganz schnell fertig zu machen. Oh, die Rentnerin ist schon mega wütend. Das tut mir so leid. Wirklich. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Ich hab dich da irgendwie nicht so wirklich beachtet. So, Emily geht hier vorne hin. Ich kassier mal eben. Also, Waffel Nummer drei. Maike räumt hier oben auf. Dann kassieren wir hier nochmal. Also, ihr bekommt einmal ein gelbes Getränk. Dann bekommt ihr zwei komplette Getränke. So, so, so. Und das und das dazu. Bitteschön. Oh, es kommen sogar noch mehr. Ja, super. Dann hoffe ich, dass ich hier tatsächlich noch meine drei Sterne bekomme. Ja, ich weiß nicht, ob das hinhaut. Das nochmal, das nochmal. Und das lila Getränk. Bitteschön. Emily, du gehst schon mal dahin. Ich kassiere. Dann, Moment. Muss ich das auf jeden Fall anstellen? Kann in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen backen. Machen wir die mit und die hier mit. So, Waffel kommt raus. Direkt die nächste rein. Davon haben wir zwei. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Nein! Und ein. Ich habe einen vergessen. Es tut mir leid, ihr Lieben. Es tut mir wirklich leid. Ich habe gar keine Waffel reingehauen, ne? Dann machen wir das jetzt. Ja, ich glaube, mit dem dritten Stern wird es schwierig. Ich versuche jetzt hier noch alles aufzufüllen. Ich hätte auch eine Waffe reinlegen sollen. Ich bin so doof, ne? Ich bin so doof. Aber ich glaube, das klappt nicht. Ganz, ganz knapp wird es nicht hinhauen. Davon sechs. Davon jetzt gleich auch sechs. Na gut. Wir schauen mal. So, Mike, mein Lieber. Du räumst auf. Und dann kassiere ich. Nee, das haut nicht hin. Ach, schade. Schade, schade. Aber trotzdem war eine ganz nette Prüfung. Nicht so was super schwieriges. Und wir machen weiter mit Level 56. Das Chaos danach. Patrick hat sich fest vorgenommen, zu zeigen, dass er seine Lektion gelernt hat. Mache es ihm leichter, indem du nichts anbrennen lässt. Oh, okay. Gut. Muss ich vor allem bei den Waffeln ein bisschen aufpassen. Kosmos Mix. Oh, wow. Das sieht ja großartig aus. Papa, Papa. Komm, wir gehen nach draußen und spielen mit Amy und V2 Junior. Ja. Oh, wir können unser neues Marshmallow-Gewehr ausprobieren. Ich. Weißt du was, Krümel? Papa muss hier erst noch viel aufräumen. Warum gehst du nicht nach draußen und spielst mit Mama? Braves Mädchen. Danke, Liebling. Dann sieh mal zu, Patrick, wie du da in der Küche klarkommst. Das ist ja nicht wenig, was hier alles rumsteht. Also, ich darf nichts anbrennen lassen und ich habe hier jetzt auch Crêpe oder Pfannkuchen. Lass keine Backwaren anbrennen. Eieiei, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes und versuche hier alles schön aufzufüllen. So, hauen wir davon direkt mal einen rein. Und dann bekommt ihr auch so einen wunderbaren Crêpe. Das nehmen wir raus. Das kommt mit, das kommt mit. Das ist dann für euch, Emily. Du gehst hier hin. Dann machen wir einfach mal eine Waffel. Ihr bekommt eine Kochschürze. Dann einmal das. Dann einmal das. Das hier ganz schnell rausnehmen. Das verbrennt ja doch relativ schnell, würde ich mal behaupten. So, für dich ist einmal das hier. Die Waffel muss raus und du bekommst das Kosmosgetränk in orange. Immer gerne, meine Liebe. So, ich mache das jetzt aber hier einzeln, glaube ich, ne? Dann kassieren wir hier. Das war... Nein, das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Bitteschön, meine Liebe. Hier muss ich jetzt nochmal genau gucken. Also das, das, das und das. Plus einmal das Kosmosgetränk in lila. So, bitteschön. Oh Gott. Oh Gott, hier geht schon los, ne? Das nehmen wir mit. Dann einmal das Kosmosgetränk komplett. Ich habe Karl gehört. Kann aber gerade absolut gar nicht drauf achten. Mai kommt auf. Dann haben wir zwei komplette Getränke. So, dann kassiere ich. Und ihr bekommt zwei davon. Also der Teig und der Teig. Dann mache ich das hier unten einmal ganz schnell fertig. Reiben. Halten. Jetzt gleich nicht vergessen, den Pfannkuchen rauszunehmen. Den Pfannkuchen rausnehmen. Aber ganz schnell, Patrick. Macht keinen Quatsch hier. So, davon ein und einmal das komplette Getränk. Oh, jetzt wird schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich mache hier mal eine Kombo. Da auch noch mal das komplette Getränk. Ich habe das Gefühl, die normalen Level sind viel, viel schwieriger als die tatsächlichen Prüfungen. So, Moment. Das ist das für dich. Bitteschön. Dann machen wir davon nochmal einen. Ach, die warten das schon. Oh Gott. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Erstmal kommt das hier raus. Und dann bekommt ihr jetzt... Nein. Patrick. Patrick. Hier unten. Schnell da unten hin. Ich dachte, ich hätte es angeklickt. Aber gut. So reiben. Der nächste Pfannkuchen kann von mir aus schon mal rein. So. Nach oben ziehen. Da ist Karl. Das schnell rausnehmen. Nach unten ziehen. Dann haben wir eine Waffel und einmal ein gerundes Getränk. Bitteschön. Dann kann ich noch eine Waffel machen. Hier kann ich kassieren. Dann mache ich zwei davon. So. Eben schnell Waffel rausnehmen. Das ist für dich mein Lieber. Und dann bekommst du einmal Pfannkuchen und Lolli. Dann machen wir da endlich mal wieder eine Kombo. Und Emily geht hier vorne hin. Oh. Hälfte des Tages ist schon wieder rum. Aber gut. Ich glaube, ich mache jetzt nicht noch eine weitere Waffel. Dann warte ich erstmal, was die Herrschaften hier bestellen. Und zwar einmal das hier. Dann haben wir das rote Getränk. Dann haben wir das gelbe Getränk. Und dann nehmen wir einen davon mit. Und auch mal hier so einen wundervollen Schmetterling. Du bekommst dann das unerangene Getränk. Plus das, das, das und das dazu. Ja, ja, mein Lieber. Ist ja gut. Ich sage gut, ich bin hier nicht so schnell. Also zwei davon und einmal das und das dazu. Ihr wollt einmal den und einmal den. Bitte sehr. Dann mache ich jetzt da Waffel Nummer 6. Ist jetzt auch super schwierig dann am Ende mit dem Auffüllen, ne? Dass wirklich alles aufgefüllt sein muss. Wenn wir jetzt hier insgesamt drei Dinge... Oh Gott, ich habe Druck gezogen. Insgesamt hier drei Dinge haben. Aber gut, ich kann es hier mal eben. Das nehmen wir mit. Und einmal das grüne Getränk. Mike, mein Lieber, du kannst da vorne rechts aufräumen. So, das hier kann ich anstellen. Das ist dann jetzt auch der letzte Marshmallow, den wir da haben. So, dann räumst du oben auf. Ich warte jetzt noch eben, genau bis das hier fertig ist. So, dann nehmen wir einmal... Moment, den Crepe mit dieser Füllung. Und das und das und das ist für dich. Ja, ja, ich weiß, ich muss auffüllen. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Euch geht mein Bestes. Jetzt müssen wir noch die Pfannkuchen machen. Aber schnell, Patrick. Hau mal schnell einen in den Ofen. So, für dich ist es die Kochmütze und zwei Waffeln. Das kommt mal eben raus. Ach, Quatsch. Ich hätte auch die Waffeln nehmen sollen, ne? Komplett. Sonst funktioniert das auch nicht. Also, die kommt wieder raus. Wir haben die Kochschürze und ein blaues Getränk. Okay, dann machen wir noch den nächsten Pfannkuchen. Oh nein, nicht hier vorne hin. Das finde ich doch immer so schwierig. Ach man. Ist doch immer so gemein, ne? So wie die hier sind, für dich, meine Liebe. Dann haben wir einmal die Sternform, einmal die hier. Ich bin ja froh, dass man trotz der Tatsache, dass wir denen zweimal Teig bringen, dass man das trotzdem hier nur einmal, hallo, nur einmal machen muss und nicht noch öfter. Das ist ja schon krass genug irgendwie. Also, wir nehmen das mit, damit abgeräumt. Dann haben wir das, 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 das und das. Ich hoffe, es ist alles richtig. So, dann kann ich das hier schon mal anstellen. Wir nehmen einen, Moment, ähm, den mit, den mit, den mit. Das ist jetzt schon fertig. Ja gut, das haut noch hin. Emily, du kannst mal hier hingehen und ein bisschen für gute Laune sorgen. Ich habe irgendwas vergessen. Ja, ich habe den zweiten davon vergessen. Mensch, Mann, oh Mann, wie kann das nur passieren? Ich glaube, ich lasse es jetzt auch erst mal mit dem Auffüllen. Das ist mir dann doch nicht so wichtig. Dann mache ich hier lieber die Bestellung vernünftig. So, und, äh, so, und, äh, so. Schön, dann haben wir einmal das und einmal das hier. Und dann bekommst du den und das dazu, das dazu, das dazu. Zwei Sterne erreicht. Ja gut, ist doch schon, ist doch schon ganz okay, oder? Da oben wird abgeräumt. Das machen wir doch mal fertig. Und einmal das komplette Getränk. So, und jetzt können wir... Quatsch, die wollte ich gar nicht. Ich wollte die da unten auffüllen. Jetzt können wir schauen, ob wir das hier noch hinbekommen, alles aufzufüllen. Wäre natürlich cool, ne? Also je nachdem... Oh, nee, das sind aber vier. Nee, Leute, ach komm, das schaffen wir nicht. Müssen wir jetzt vier davon machen, plus einen noch davon? Schaffen wir es auch so? Nein! Ich glaube, mit dem Auffüllen hätten wir es geschafft, aber wer weiß, wie viel Trinkgeld der Typ dann hier vorne noch gegeben hätte. Schau, Vito Junior, schau, ein Schmetterling! Mama, ganz genau, Liebes, ich bin deine Mama. Mama, Mama, Mama! Deine ersten Wörter! Willst du auch mit Chibi spielen, Vito Junior? Chibi, Chibi! Weißt du, wir verdanken es deinem Urgroßvater Vito, dass Chibi jetzt bei uns ist. Oh, Opa, wie sehr ich mir doch wünschte, dass du sehen könntest, wie sie größer werden. Du wärst so stolz! Ach ja, der Opa, das war auch so ein Lieber, ne? Aber gut, Leute, nächstes Level. Sauberer Frieden. Patrick und Chad finden vielleicht doch noch ein paar Gemeinsamkeiten. Oder zumindest ein paar Tische, die es zu säubern gilt. Okay, können wir uns jetzt noch irgendwas leisten? 985. Was ist das hier? Dauert es länger, bis deine Backwaren anbrennen? Ist natürlich cool. Hm, die edlen Tischdecken machen deine Kunden fröhlicher und ihre Herzen verschwinden daher langsamer. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme erst mal das hier. So, dann bin ich jetzt gespannt auf Chad und Patrick. Chad, was ist los? Oh, gar nichts. Ich wollte nur, ähm, ähm... Ich wollte dir nur dafür danken, dass du mir die Augen geöffnet hast. Du bist dein guter Vater, Patrick. Wow, vielen Dank, Chad. Soll, ähm... Soll ich dir helfen? Klar, nimm dir ein Handtuch. Du kannst abtrocknen. Wette, dass ich schneller spülen kann als du? Wette nicht? Nein, im Ernst. Sollen wir wetten? Nein. Oh, der Chad, ne? Also wirklich jetzt. Unglaublich, der Typ. So, was muss ich denn machen? Räume drei Tische dreimal hintereinander. Oh, Gott, Gott, Gott. Drei Tische dreimal hintereinander. Ai, 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 ai. Ja, gut. Das kann schwierig werden. Aber, ja, wir probieren es. Müssen wir ja. Mehr oder weniger. So, das, das, das. Das ist für euch. Dann machen wir die Sterne. Nein, und dann nochmal so. Die Sterne. Hast du alles richtig, Patrick? Ja, das sieht gut aus. So. Dann reiben wir. Dann halten wir. Tisch Nummer zwei ist jetzt schon mal besetzt. Das ist gut. Ah, nee, das hier zählt ja auch als Tisch, ne? Die Bar. Ach, der ist verbrannt. Die Bar. Von daher. Also, Moment mal. Lass mich mal eben kurz überlegen. Er macht das ja jetzt da, ne? Dann nehmen wir hier das blaue Getränk. Das, das, das. Das ist für euch. Ja, aber zählt... Ach, nein. Nein, nein. Die müssten alle... Ach. Das müssen alles von vornherein dreckige Tische sein, oder? Verstehe ich das richtig? Glaube ich zumindest. Ich fahrt jetzt einfach mal ab. Ja, ja. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern, ne? Und das Ganze dreimal? Das ist aber eine Hausnummer. Also wirklich jetzt. Da ist erst Tisch Nummer zwei. Ich muss auffüllen. Hier mal eben kurz. So. Dann machen wir einmal das komplette Getränk. Das war jetzt auch ein bisschen unlogisch hier. Nochmal das komplette Getränk. Das nehmen wir nochmal mit. Dann machen wir das lila Getränk. Karl, ich kann überhaupt nicht gucken. Oh, da bist du. So, Moment. Die hier wieder auffüllen. Dann bekommst du einmal die Waffeln. Und zwar damit. Und einmal das große Stück. Ja, so dreimal. Ei, ei, ei. Das ist wirklich krass, oder? Das, das, das. Plus das. Plus das. Plus das. Plus das. So. Ja, das Doofe ist. So. Dahin. 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 Ich hoffe, das haut jetzt hin. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich wollte jetzt irgendwas sagen, aber ich habe es leider vergessen. Das Doofe ist. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Das hat auf jeden Fall hingehauen. Das ist super. So. Dann nochmal runterziehen. Dann bekommst du einen davon. Plus nochmal das hier. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einzeln. So. Das nehmen wir mit. Und einmal die Kochschürze. Ach, ich weiß, was ich sagen wollte. Das Doofe ist, dass natürlich teilweise dann vielleicht auch Leute warten, ne? So wie hier jetzt. Wenn jetzt einer kommt, der da irgendwie Teig ausrollen möchte oder so. Dann ist das natürlich ganz schön doof. Wenn der nicht sauber gemacht ist. Hälfte des Tages haben wir jetzt. Ja, wir gucken mal. Wenn es nicht klappt. Gut. Ist dann auch schade, aber dann halb so wild. Warum fange ich immer an und mach da nicht vernünftig weiter? Ich weiß es nicht. So. Der ist auf jeden Fall für dich, meine Liebe. Dann schicke ich Emily mal ganz schnell dahin. Du bekommst das, das, das und das. Und einmal das Ganze mit dem weißen Zeug drin. Das war falsch, ne? Ja. Das war falsch. Du möchtest das nur so. Bitteschön, meine Liebe. Ich muss mal eben kurz da auffüllen. Das kann weg. Dann haben wir das einmal. Dann haben wir eine Waffel damit. Dann haben wir einen Crepe damit. Ja, genau das meine ich. Seht ihr? Die warten nämlich jetzt schon hier. Und ich kann absolut nichts tun. Für euch. Dann haben wir nochmal einen grünen. Dann haben wir nochmal einen Crepe damit. Ja, das tut mir wirklich leid. Also, das ist jetzt Nummer 1, 2. Die müssen jetzt noch fertig werden. Damit der gute Mike erstmal aufräumen kann. Kommt schon. Beieilt euch mal. Beieilt euch mal, ihr Lieben. Ich habe Angst, dass das mit meiner Punktzahl hier nicht drin haut. So, das kann mit. Ja, ich weiß, Mike kann jetzt aufräumen. Ich kann aber gerade noch nicht klicken. So, 1, 2, 3, mein lieber Mike. Dann haben wir... Moment, erstmal die Kasse. Dann haben wir das lila Getränk. Dann haben wir das komplette... Das hier kommt oben hin. Genau. Das dann fütte ich. Dann machen wir das hier einmal. Das hier einmal. Das fütte ich. Dann mache ich die Sterne. So, und also. Und dann machen wir ein orangenes Getränk fertig. Reiben. Oh Mist, kann ich nicht das Getränk fertig machen. Das, äh, oder? Funktioniert das noch? Ja, sehr gut. Hat noch funktioniert. Und dann hat noch funktioniert. Bloß einmal den Charakter zu. Das war falsch. Das bedeutet, das war der letzte Crepe. Uh, Leute. Es wird heftig. Es wird heftig. Aber Stern Nummer 1 werden wir auf jeden Fall bekommen. So, du wolltest das hier, ne? Ähm, dann. Was mache ich als nächstes? Ja, ich hasse die Pfeile. Plus das, plus das, plus das. Ah, das, das, das. So, bitteschön. Wir haben zwei dreckige... Das war falsch. Äh, das. Ja, danke für die Pfeile. Das, das. Ah, okay. Gut, einfach nur oben das nochmal drauf. Alles klar. So, jetzt aber wieder zurück hier zur Tagesordnung. Kann der ganze Mist mal hier runter, den ich gerade nicht brauche. Das kann weg. Ich muss auch ein bisschen hier ein bisschen Crepe backen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer hier was, wer hier was bekommt, ne? Ich bin ein bisschen, ein bisschen durcheinander. Aber okay. So, das nochmal dazu. Plus das, das, das und das und das. Ich lasse die da unten jetzt ein bisschen stehen, weil ich das Gefühl habe, das haut hier gerade nicht so hin. Also einmal eine Waffel und das war die falsche Waffel. Crepe und Waffel. Äh, ich habe nur zwei Tische, es tut mir leid. Es tut mir echt leid, liebe Leute. Ist jetzt schon irgendwas fertig für dich? So, Mike. Eins, zwei, drei. Dann kassieren wir. Du wolltest den Crepe, ne? Gut, da kommt die Waffel auf jeden Fall schon mal weg. Kann ich das hier mal eben anstellen? Crepe kommt mit. Gut, dann machen wir einmal Crepe fertig und zwar damit. Ja, meine Liebe, du bekommst das jetzt. Und wir haben es geparkt. Ach, cool. Das finde ich ja doch noch richtig gut. Kann ich mir jetzt doch noch ein bisschen... Oh, jetzt ist sie schon weg, ne? Ein bisschen Zeit lassen, wollte ich gerade sagen. Ja, komm. Räum erst mal auf, Mike. Mach das mal und ich arbeite hier alles ab. Dass wir auf jeden Fall noch den zweiten Stern bekommen, das wäre richtig schön. Äh, das war jetzt für dich bloß das, bloß das, bloß das, bloß das, bloß... Moment, nochmal das hier. Ja, ja, ich weiß, die da oben wollen auch schon ewig was, Leute. Das Spiel... Oh, das gibt es nicht. Das hängt jetzt schon wieder wie blöde. Das Level ziehe ich aber durch. Ich will das nicht nochmal machen. Dann muss ich gleich das Spiel eben neu starten. Ist jetzt... Oh Gott, wartet mal kurz. Ist jetzt gerade ein bisschen doof, aber ich starte jetzt das Spiel nicht neu. Also, ich bin am Ende des Levels. Ganz sicher nicht, meine Lieben. Dann ziehe ich das jetzt so durch. Das einmal. Dann haben wir einmal das Komplettpaket. Ich bringe es jetzt erstmal vorbei, weil, hey, was fehlt jetzt noch? Das fehlt noch. Sehr gut. So, auffüllen schaffe ich sowieso nicht. Auch blöd, ne? Dass es manchmal dann so doof läuft. Aber naja, so. Ich gehe jetzt schon mal zur Kasse. So gut es geht. Dann muss ich gleich eben kurz neu starten, bevor es dann weitergeht. Ich gucke auch mal gerade auf die Uhr. Ach, das könnte es auch schon gewesen sein für diese Folge, ne? Hm. Ich muss auf jeden Fall gleich mal gucken, wie viele Level dann tatsächlich noch kommen. Damit das so einigermaßen hinhaut, dass wir vielleicht noch eine Folge haben. Vielleicht dann noch zwei, je nachdem. So, Leute, beeilt euch. Das Spiel läuft ganz, ganz mies. Ich habe die übelste Befürchtung, dass es jetzt gleich doch noch abstürzt. Na komm schon. Ah, es sieht nicht gut aus. Ich sehe da die Zahl in der Ecke. Ihr seht das nicht. Aber die Zahl zeigt gerade eine 2 an. Und normalerweise ist das entweder eine 30. Oh, oh. So, entweder eine 30 oder eine 60. Also könnt ihr euch ausmalen, wie schlecht es gerade läuft. Oh mein Gott, schnell abkassieren. Oh Gott, das zeigt eine 1. Das wird gleich abstürzen. Ich hoffe, es wird dabei... Oh Gott, es zeigt eine 0. Leute, es tut mir so leid, dass das hier gerade so läuft. Aber ich kann jetzt nicht ausmachen, bevor das hier nicht offiziell zu Ende ist, das Level. So. Oh, es geht wieder. Mike, willst du nochmal eben aufräumen? Kriegen wir das noch hin? Oh Gott, oh Gott. Los, Levels, seid zu Ende, bitte. Ja. Jetzt kannst du von mir aus gerne abstürzen. Jetzt passiert sowieso nichts mehr, ne? Ach doch, die Story. Oh, was machen die Mädels? Emily, die Zuschauer-Kennzahlen für deinen Videoblog sind umwerfend. Ich weiß, Nora hat ihre Sache ganz toll gemacht. Du solltest darüber nachdenken, etwas Geld in die Hand zu nehmen, damit du expandieren kannst. Du könntest dir eine neue Ausrüstung kaufen, eine Werbeaktion ins Leben rufen, ein Hintlernetz aufbauen. Hallihallo, die Damen. Ich liebe, was ihr aus den Feederberraschungen gemacht habt. Die ganze Welt redet davon. Wie wäre es, wenn wir euren Vertrag neu verhandeln? Ich könnte euch zu Produzent... Oh, wie gut. Ich weiß zwar nicht, warum auf die Marshmallows gezeigt wird. Family comes first. Ah, wie cool. Wie cool ist das denn? So, wie viele Level hätten wir rein theoretisch noch? Ja, ich weiß ja nicht, wie viel Story noch kommt. Also wir haben noch drei normale Level plus das Ende. Ich würde mal sagen, das war es jetzt für diese Folge. Ich überlege gerade. Ich glaube, ja genau, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Und dann muss ich mal gucken, wie ich beim nächsten Mal schneide. Eventuell gibt es eine lange Folge oder nochmal zwei kürzere. Müssen wir schauen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.